Die Sklaverei Die Sklaverei Die Sklaverei Viele von ihnen haben die Sklaverei nie selbst erfahren. Aber ich erinnere mich. Ich hab ihr Stöhnen gehört. Ihre Tränen gesehen. Wer kann nicht einfach auf den Krieg warten? Ja! Ich bin Harry Topmel. Ich würde das Blut in meinen Adern bis zum letzten Tropfen geben, um sie zu befreien. Gibt es doch Schwierigkeiten, dann wirst du bereit sein. Ich werde tun, was ich tun muss. Und gehen, wohin ich gehen muss. Bis dieses Monster Sklaverei tot ist. Bekannten, wir leben uns. Bekannten, wir leben uns. Bekannten, wir leben uns. Bekannten, wir leben uns. Freiheit oder Tod. Ab 9. Juli im Kino. Musik